Der erste Essenschnitt nach Monaten der Vorbereitung. Blöckchen für Blöckchen soll der Windabweiser um den Schornstein herum beseitigt werden. Das Stück ist frei. 375 Kilo wiegt der Brocken. Der Dübel hält nicht im Beton. Ein Zeichen dafür, wie brüchig hier alles ist. Raus ist der erste schwere Brocken und nun liegt er da, wo er liegt.